Liebe Lebensartkunden, liebe Freunde, es liegt uns gerade jetzt ganz besonders am Herzen, mit euch weiterhin verbunden zu sein, um euch vielleicht das eine oder andere vermeintlich Nichtige mitzuteilen, aber auch um eure Fragen, um eure Wünsche und eure Beiträge entgegenzunehmen. Ganz wichtig an dieser Stelle, es handelt sich hierbei um keine WhatsApp-Gruppe, wir sind im Einzelnen miteinander verbunden. Was wollen wir damit erzählen, was wollen wir erreichen? Wir wollen weiterhin unsere Lebensartphilosophie, Lebensfreude, gute Gefühle, vielleicht auch wieder mal lachen oder auch singen, diese Philosophie weiter hinaustragen. Ein Philosoph hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist Freude. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie das, was Ihnen jetzt wertvoll ist. Es ist, wie es ist und wir schaffen es. Gemeinsam packen wir es, gemeinsam sind wir stark. Danke. Alles Liebe, euer Lebensart-Team und Ingrid Pfahn. Vielen Dank. Tschüss. Bist du? Ja, bitte. Es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Wie es ist, wenn man die Lebensart-Team feiert, weil es im Leben des Lebensartes, ist es wie es ist, wie es ist. Und wie es ist, wie es ist, wie es ist. Und wie es ist, wie es ist, wie es ist. Vielen Dank.